1, 2, 3, 4 Warum haben die Großen vor anderen Großen Angst? Mutti hat Angst vor der Nachbarin, der Lehrer hat Angst vor dem Schuldirektor, Party hat Angst vor dem Chef. Alle Großen haben vor anderen Großen Angst. Die Nachbarin hat Angst vor dem Hausbesitzer, der Rektor hat Angst vor dem Oberschulrat, die Frau vor ihrem Mann. Alle Großen haben Angst, ach die armen Großen.